Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Wir haben jetzt da vorne das Lichtchen und ich will nur mal gucken, ob wir einfach auf beiden Seiten da ankommen. Ja. Okay, haben wir hier drüben noch was liegen? Da kann man hoch machen. Irgendwas? Oh, oh. Ne. Gut, dann nehmen wir das mal und gucken mal, was da ist. Oder? Ich, äh, hm. Okay, gucken mal. Oh, es gab ein Geschenk wieder. Mir scheint es so, wenn ich vorher nicht speichere, dass da immer cooles Zeug drin ist. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Dame ist oder wer die Dame ist. Wahrscheinlich kennen wir sie noch nicht. Ich wollte dich nicht provozieren oder deine Ehe anzweifeln. Ich glaube nur, dass dein Kopf dir etwas anderes sagt als dein Instinkt. Und davon verstehe ich nichts. Du kommst auf jeden Fall einen Haufen Zeug. Wenn wir hier raus sind, lasse ich dir etwas Zeit, um zu überlegen, ob du bereit bist, die Waffe mit allen Konsequenzen herzustellen und zu benutzen. Was für Konsequenzen? Bisher kam man nicht raus, dass wir unseren Sohn umbringen müssen. Inzwischen sehe ich zu, was ich hier sonst noch erfahren kann. Vielleicht schicke ich ja obendrein noch ein paar Aenheria nach Valhalla. Tja, dann viel Spaß. Hey, da seid ihr. Wurde auch Zeit. Ich habe hier alles vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch zur Schwiede gelangen. Volki! Hä? Wo wollen sie hin? Ja, aber das ist was anderes. Wie komme ich denn da drüben hin? Ich muss da drüben. Ich will ja nichts überstürzen. Aber können wir hierhin später zurückkehren? Vertraut mir. Warum habe ich das Gefühl, dass du dahinter stehst? Hier. Hier ist das Zeichen. Das ist ein Zutat aus dem Rezept. Wie kamen sie in diese Welt? Oh, sie waren mit Weltbereisen vertraut. Yari wurde nämlich als Krieger von Midgard erzogen. Er sollte in den Familienkriegen kämpfen, eine Frau finden, Romreich sterben. Aber das lehnte er ab. Er ging fort. Er folgte seinem eigenen Weg. Ich wäre nicht überrascht, ihr Zeichen auch in anderen Welten zu finden. Zwei von vier. Wo ist denn jetzt die Madame hin eigentlich? Schön. Sieht aus wie eine Wasserrutsche. Die Kleine kommt nicht wieder her. Gut, dann weiß ich jetzt... Ah, doch. Doch, in Asgard. Da ist auch noch eine Zugtat. Kann ich hier langlaufen? Nee. Ah, hier kommen wir raus. Hä, den haben wir da rumgebracht, oder? Ah, hier kommen wir raus. Hä, war mir hier schon mal? Schön. Nimm du nur deine schicken Abkürzungen. Ich vertret mir gerne mal die Beine. Ich kann dich einholen, wann immer ich will. Hä? Hä? Ach, hier ist ein Ictasiris. Ein Draugalloch. Ein Ictasiris. Ach, und hier haben wir so eine. Hier sind aber viele Risse. Ich will mal da hingucken. Das ist da unten. Da. Am liebsten haben wir jetzt zwar die Freya, aber vielleicht funktioniert das mit dem Kleinen. Habt euch ja mächtig ins Zeug gelegt, um den alten Tier rauszuholen. Hat sich als richtiger Volltreff ein und was? War aber noch klar genug, um meine Küche zu klauen. Ah, hier. Ich will nur mal kurz probieren. Oh, nein, das ist so eine. Der Stil steht dran, Eiterbeule. Hinter dir, Vorsicht! Hinter dir! Du, der Stil! Oh! Er, Kodiak! Oh. Hei, Adresse, komm da! Peter Offsen! Jetzt geht's los! Okay, wir gehen weiter. Die ist auf jeden Fall kein Rissbewohner. Und wir nutzen jetzt das, dass wir hier zurück dürfen. Okay, wir sind hier lang. Aber ich glaube, das letzte Zeichen habe ich noch nirgendwo gesehen. Asgard ist das dritte. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo noch eins ist. Habe ich das schon gesehen? Wir haben schon lange kein Gedicht mehr gefunden. Da drüben haben wir auch schon... Okay. Schalt lieber das Nest aus! Kommt mit, wir warten auf! Haben wir es jetzt? Da unten war wieder was zum Durchgehen. Ach, dann wären wir da wieder hingekommen, glaube ich. Ich trasiere es. Ach, kann das sein, dass die Viecher aus den Rissen kommen? Und es ist gar nicht, dass die Schlange... Ich habe gedacht, es kommt immer wieder eine Schlange raus, aber... Scheinbar kommen da auch aus diesen Rissen aus. Wann haben wir hier schon mal? GULON! GULON sind meist als Jagdgrudel anzutreffen. Scheinbar haben wir das schon. Kennen wir schon. Warte, ich will jetzt nochmal hier gucken, bitte. Mir scheint es, als waren wir... Ja, wir waren hier schon. Ja. Äh. Ja, nee. Moment, ich hab es gleich. So. Du immer herein, Fremder. Nach diesem Trick gewöhne ich mich nie. Einheimische in Sicht. Benehmt euch. Dann schlägt hoffentlich keiner Alarm. Ja, ja, genug getuschelt, ihr elenden Muttersöhnchen mit eurer Schutzausrüstung. Habt ihr noch nie eine lebende Legende gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Tja, das ist gar nicht gut. Du verstehst, was hier los ist, oder? Diese gruseligen, fliegenden Augäpfel haben ein Nest auf den Seilen gebaut. Wir müssen irgendwie da rauf und sie beseitigen. Wach hier nicht irgendwo jetzt eine Schatzkiste? Nee. Okay, also helfen wir jetzt noch den Bewohnern hier. Hm. Hochklettern geht da nicht. Such doch mal nach einer Möglichkeit, den Aufzug hochzubekommen. Hm. Hier kann ich hoch. Hm. Wahrscheinlich muss man hier wieder irgendwas machen. Äh, hier kann ich doch nicht hoch. Okay, das ist hier nur... Was bringt das? Ah. Wir können drüber. Na also, geht doch. Moment, ich komme. Bruder, hast du bemerkt, dass die Zwerge aus dem Lager viel aufgeregter waren, Brock zu sehen, als dich? Sie schienen überrascht zu sein. Alles klar. Jetzt kann ich die Kurbel drehen und den Geysir abdecken. Gib mir einfach ein Signal, wenn du bereit bist. Jetzt. Jawohl. Was hat Brock nur gemacht? Also, das Tor ist jetzt offen. Aber man kann es nur von hier oben benutzen. Siehst du? Drehen. Verstanden. Dreh noch mal. Du befehlst. Da habe ich nicht hier hoch. Ach so. Aber jetzt sind wir erst mal hier. Irgendwie gibt es jetzt den Städel. Viel versprechend. Ich will erst mal schnell da drüben gucken, ob wir hier irgendwas finden. Hey, ich kümmere mich um die Kurbel. Mach du mal den Rest. Nochmal. Zu befehl. Zu befehl. Zu befehl. Na, es geht doch. Mit den Schwarzen. Ah, das war so gewollt. Okay. Rahmen, sie beide kriegen wiederholt in den Boden, um rundherum Explosionen auszulösen. Wir gucken mal. Wo war das denn nochmal? Ach hier. Wir haben jetzt das hier. Ich glaube, wir probieren das mal. Oh, nee, nee, das gefällt mir schon sehr gut, ja. Was denn? Da. Über dir. Vorsicht. Oh. Gleich, wir bist laut. Endlich. Jetzt können wir zur Schmiede fahren. Na los, die Dame wartet. Hey, ich habe noch ein Rätsel für dich. Was wird größer, je mehr man davon wegnimmt? Hä, mal überlegen. Wahrscheinlich etwas Abstraktes. Oder? Nein, das ist es. Körperlos und ratlos. Oh, ein nettes Wortspiel. Trottel. Ja, ich hätte, wir hätten Sindri mitnehmen sollen. Aber, ja. Krathos hat ein leichtes Problem damit. Oh, steife Brise. Ich fange etwas für die Dame ein. Was fängst du ein? Den Wind? Nein, du Schwachkopf. Das Rauschen des Windes. Wie? Schaut zu und lernt. Wisst ihr, die Zwergenmagie befasst sich mit dem Nichtgreifbaren. Mit dem Verhältnis zwischen dem Zeug, was man berühren kann und was nicht. Es geht ums Verstehen. Verstehen wovon? Dass die Natur einer Sache wichtiger ist, als die Gestalt der Sache. Moment mal. Ich rieche Ärger. Verstehen wir, was du kannst. Verstehen wir, was du kannst. Soll ich etwa nicht kämpfen können, weil ich Waffen mache? Ich weiß auch nicht, Dr. Brookler ist irgendwie seltsam gerade. Also, diese Dame. Die Dame der Schmiede. Es gibt kein magischeres Wesen in dieser ganzen Welt. Ich habe auf eine Möglichkeit gehofft, sie zu treffen, seit ich ein Nicker bis zum Knie ging. Aber Sindri ließ es nicht zu. Er fand mich zu ungehobelt. Doch heute ist es endlich soweit. Oh, ich habe Känsehaut bis zu den Hühneraugen. Aber Brock, ich habe dich noch nie so ehrfürchtig gesehen. Bist du nervös? Was? Sei still. Nein, leck mich. Okay. Bin ich auch ein bisschen aufgeregt hier. Was ist denn das? Das Moor sieht mega aus. Warte mal, bevor wir da hingehen. Ich will erst mal gucken. Ist die da drin gefangen? Ach, hier macht er dann seine Schmiede auf, oder was? Na los, Kalkstein, dreh die Kurbel, legen wir los. Es geht nicht. Hä? Was ist es diesmal? Aus dem Weg, lass mal sehen. Ja, Alter, tu es doch. Ach, verdammter Scheiß. Muss ich in dieser verfluchten Stadt etwa alles selbst reparieren? Ich brauche ein paar Sachen. Mir nach. Uff. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Unsere schöne Axt muss diesem Material dort drüben zur Leibe rücken. Das stachelige, silbrige Zeug. Du bekommst das hin. Diese Dame, was macht sie? Tja, das werden wir beide bald wissen, oder? Aber eins weiß ich. Wenn wir Glück haben, gibt sie uns ihren Segen. Sie segnet nicht jeden. Aber wenn sie es tut, ist es ein echtes Spektakel. Die Axt? Tja, diese Angelegenheit war ein ganz schönes Durcheinander. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon. Ja! Dem silbrigen Zeug? Über was hat denn der geredet? Ach hier. Das ist doch blau. Fee war die Einzige, die je meinen feinsinnigen Humor verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Jetzt brauche ich was von dem Brausezeug, das bei dem ganzen kaputten Holz liegt. Früher wollte ich immer unbedingt der Beste sein und habe geschuftet, bis ich abgekippt bin. In der Zeit gibt es immer weniger zu beweisen und man findet sein eigenes Tempo und hängt sich nur richtig rein ins Persönliche. Zum Beispiel, um der Dame endlich zu zeigen, was in einem steckt. Okay, wo muss man als nächstes hin? Gibt es hier noch irgendeinen Hügel? Brauchen wir vielleicht ein bisschen Moos? Wow, Ziegenbart. Das Rätsel hast du aber schnell aufgegeben. Ich gebe gar nichts auf. Es wird größer, je mehr man wegnimmt, ja? Ganz genau. Ich hab's. Es ist Verlangen. Nein. Was meinst du mit nein? Verlangen wird größer, wenn man das, nachdem man verlangt, wegnimmt. Gut, keine perfekte Antwort. Aber was ist denn deine? So leicht bekommst du das aus mir nicht raus. In Ordnung, zurück an die Arbeit. Noch eine Kurbel zu drehen, dann geht's in die Schmiede. Ich seh keine Schmiede. Du siehst nicht die Gestalt einer Schmiede. Aber wir gehen zur Natur einer Schmiede. Einen Moment lang konnte ich ihm sogar folgen. Alles klar. Los, kurbeln! So, ihr Lieben, wir kurbeln in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss! Das war's.